Hallo und herzlich willkommen bei 18 Buddies. In diesem Video werde ich einmal auf CureVac, auf Moderna und auf Biontech eingehen. Die sind alle drei grundlegend heute einmal unter Druck. Alle drei haben quasi die gleiche neue Nachricht, die gleichen News, weswegen sie unter Druck sind. Bis auf CureVac, beziehungsweise auch eingeschlossen natürlich CureVac, aber die haben zwei neue News. Da komme ich dann gleich auch nochmal zu, zur zweiten News, weswegen sie hier, das können wir auch sehen, knapp bei minus 14% sind, also richtig unter Druck. Ich möchte jetzt erstmal also auf die News eingehen und dann komme ich nochmal zu den Charts der jeweiligen Unternehmen. Ich fange jetzt direkt an mit diesen Hauptnews, die die drei Aktien belasten und zwar geht es dort um die Patente. Wir haben schon mal ein Video zu den Patenten gemacht und da habe ich das Ganze einmal ganz genau besprochen. Das verlinken wir euch in der Beschreibung, das könnt ihr euch gerne angucken, da gehe ich sehr, sehr genau drauf ein. Ich möchte das Ganze jetzt einmal zusammenfassen, weil es dann einfach schneller geht und wir das Ganze ja schon mal gemacht haben. Im Prinzip ist es so, diese drei Hersteller haben einen Impfstoff hergestellt, da haben sie ein Patent drauf. Der wird so und so und zwar genau so und so hergestellt. Und jetzt ist die Forderung an die G7-Staaten von einigen Organisationen, dass man das Ganze bitte offenlegen soll. Und zwar in der Hinsicht, dass man diese Patente aufgibt und dass dann in zum Beispiel auch ärmeren Ländern einfach eins zu eins dieser Impfstoff produziert werden kann. Das Problem für die Unternehmen dabei ist selbstverständlich, dass sie dadurch nicht mehr so viel Geld verdienen, weil jetzt natürlich einfach andere mit ihrem Impfstoff oder mit ihrem Gedankengut, also wie sie diesen Impfstoff herstellen und wieder aufgebaut ist, damit natürlich jetzt einfach Geld verdienen bzw. den Impfstoff einfach herstellen können. Und da haben diese Unternehmen dann natürlich einfach in dem Fall das Nachsehen, denn damit verdienen sie dann selbstverständlich kein Geld. Vorteil wäre zumindest laut einigen Aussagen, dass man ärmere Länder dann auch einfach schneller impfen könnte, dass dadurch diese Mutationen aufgehalten werden können und so weiter. Wie gesagt, das Genaue bin ich dann einmal in diesem Video drauf eingegangen. Ganz kurz nochmal, da gab es natürlich auch wieder Gegenstimmen, die klangen auch plausibel. Im Prinzip ist das, denke ich mal, auch so eine Sache von 50-50, man muss da ziemlich stark abwägen, denn man muss ja auch einfach sagen, diese Impfstoffe sind wohl nicht so einfach herzustellen, sonst könnte es einfach auch jeder machen, sondern man braucht da auch schon spezielle Technik und spezielle Geräte für und die hat auch schlichtweg nicht jede Produktionsstätte. Das also einmal ganz kurz zu dem Grundwissen. Und im Allgemeinen, also im Ganzen ist es jetzt so, dass viele Organisationen jetzt halt einfach von den G7-Staaten fordern, dass sie sich dafür einsetzen, dass das Ganze mit den Patenten aufgelöst wird. Außerdem auch einige Stars in einem offenen Brief, zum Beispiel David Beckham, Billie Eilish und so weiter, also es gab da schon ein paar mehr, die setzen sich jetzt auch dafür ein. Nach einem offenen Brief geschrieben, dass diese Patente halt erstmal aufgelöst werden, beziehungsweise natürlich nicht aufgelöst, aber dass die ausgesetzt werden, damit diese Impfstoffe halt woanders auch hergestellt werden können. Das setzt das Ganze jetzt natürlich unter Druck. Wie realistisch das ist, ist so eine Sache. Mittlerweile ist ja auch Joe Biden dafür angefangen hatte, meine ich damals Afrika und auch Indien. Große Gegner gegen diese Auflösung des Patents sind aber als Beispiel Deutschland und Großbritannien. Deswegen stehen die auch gerade extrem unter Druck oder ich will gar nicht sagen unter Druck, aber deswegen stehen die gerade bei diesen Organisationen einfach in der Kritik. Und es ist jetzt einfach schlichtweg so, dass dadurch natürlich diese Unternehmen gerade leiden, weil die Angst einfach da ist, dass das Ganze durchgesetzt wird. Ich halte das Ganze für nicht so realistisch, aber das muss jeder für sich selber entscheiden, wie realistisch er das findet, dass diese Patente ausgesetzt werden. Das ist also einmal ganz kurz zum Grund, weswegen die im Minus sind. Bei CureVac haben wir jetzt aber noch einen anderen Grund und zwar ist es so, dass wohl aus Insiderwissen oder von Insidern rausgekommen ist, dass Jens Spahn, also unser Gesundheitsminister, mit anderen Gesundheitsministern im Bund und Länder ein vertrauliches Gespräch hatte und denen gesagt hat, dass der CureVac-Impfstoff wohl nicht vor August rauskommen soll. Und vor einigen Wochen hieß es noch bei CureVac selber, dass man den Impfstoff, also die Zulassung von der EMA, also der Europäischen Arzneimittelagentur, noch im Juni bekommen soll. Das sind jetzt also ungefähr zwei Monate, die man das Ganze nach hinten schiebt und man muss einfach sagen, Jens Spahn hat halt nun mal gesagt, nicht vor August. Das heißt natürlich auch, es kann auch später als August sein. Der Grund dafür ist wohl, dass man bei den klinischen Studien nicht genug Teilnehmer hat. Das ist wohl der schlichtweg einfache Grund und deswegen verzögert sich das Ganze. Das sind so die schlechten Nachrichten dazu. Das heißt also, man hat natürlich dann auch zwei Monate sowohl weniger Umsatz als auch weniger Gewinn und man muss natürlich sagen, der Impfstoff wird dann älter. Das Ganze wird günstiger, weil immer mehr da ist und man hat damit dann einfach auch nicht einen verschobenen Umsatz und einen verschobenen Gewinn, sondern mit Pech dann einfach weniger Umsatz und weniger Gewinn. Ganz einfach, weil es halt immer mehr Impfstoff gibt und der dann auch günstiger wird. Das sind zumindest die Aussagen dazu. Es gibt aber auch ganz, ganz kleine gute Nachrichten zu CureVac oder von CureVac. Und zwar soll es wohl so sein, dass die EMA halt relativ hohe Anforderungen an den Impfstoff hat, unter anderem auch, dass dieser Impfstoff immun gegen diese Mutation macht. Und da sieht das Ganze wohl bei CureVac auch jetzt schon aktuell sehr, sehr gut aus. Also es ist nicht nur alles schlecht für CureVac. Es gibt auch kleine gute Nachrichten. Nichtsdestotrotz sehen wir hier diesen Kurseinbruch gerade. Wenn euch das Ganze gefällt, könnt ihr übrigens auch gerne abonnieren und liken. Da freuen wir uns immer drüber. Ich gehe jetzt mal auf die einzelnen Unternehmen ein. Da könnt ihr auch in den Timestamps dann einfach vorspulen. Wir haben jetzt einmal CureVac. Wir haben hier eine Gap, eine ziemlich große Gap. Hier im Übrigen war CureVac zwischenzeitlich bei knapp minus 18,8%. Mittlerweile wieder ein bisschen erholt. Eben noch bei minus 14. Jetzt gerade bei minus 12,8. Pendelt die ganze Zeit so zwischen minus 11 und minus 14 hin und her in diesem Bereich. Jetzt können wir einmal sehen, wir haben hier mittlerweile einen Widerstand bzw. wir hatten eine Unterstützung. Da lagen wir noch drauf. Jetzt gerade sieht es eher so aus, als würde der Kurs jetzt in nächster Zeit abwärts gehen. Man hat jetzt natürlich einmal diesen ersten Tag, diesen Druck, der jetzt im ersten Tag auf dem Aktienkurs liegt. Und dann hat man oft das Problem, dass danach Analysten kommen. Die schätzen das Ganze dann neu ein, sagen jetzt zum Beispiel in dem Fall, ah, das sind zwei Monate weniger Gewinn. Und deswegen stufen wir das Kursziel runter und eventuell auch die Empfehlung. Das heißt, man kann ja zum Beispiel jetzt ganz grob gesagt geben Banken oder Analysten oft Kauf halten oder Verkaufsempfehlungen. Und da könnte jetzt natürlich dran geschraubt werden nach so einer Aussage. Dementsprechend, wenn das passieren sollte, werden vielleicht die Kursziele runtergenommen, also runtergesetzt. Und dann könnte so eine Art Nachbeben kommen und dann könnte der Kurs ebenfalls nochmal unter Druck kommen. Realistisch wäre jetzt auf jeden Fall, dass wir nochmal in die Richtung 100 US-Dollar fallen. So sieht es zumindest gerade aus. Da ist natürlich eine wichtige psychologische Grenze. Außerdem hätten wir auch noch den Aufwärtstrend, der seit Anfang an, also seit dem Börsenstart bei CureVac besteht. Der ist bei ungefähr 94 US-Dollar. In diese Richtung wäre es auch realistisch, wenn der Kurs dahin läuft. Ich denke mal, längerfristig wäre in diesem Bereich dann sogar eine sehr, sehr interessante Nachkaufgelegenheit bei knapp 100 bzw. knapp 94 US-Dollar. Sollte sich das Ganze jetzt einmal drehen, wir haben jetzt ein relativ positives Umfeld, auch vielleicht über die nächsten Tage, weil zum Beispiel von der G7 jetzt die ganz klare Absage kommt. Ne, wir setzen uns dafür nicht ein oder warum auch immer, wenn auf jeden Fall ein positives Marktumfeld kommt. Dann wäre es realistisch, dass wir hier relativ fix nochmal in Richtung 113 bzw. das können wir hier schon sehen, hier hatten wir auch so einen Widerstand in Richtung 116 US-Dollar gehen. Das ist zumindest mittelfristig, denke ich mal, bzw. kurzfristig bis mittelfristig hier erreichbar, bis wir wirklich wieder auch final die Gap schließen. Sollte man jetzt darauf spekulieren, dass es wirklich wieder auf das Niveau davor geht, also wieder diese minus 12,8% einfach wettgemacht werden bei 125 US-Dollar. Das könnte zumindest durchaus fürs Erste nochmal ein bisschen dauern. Kommen wir jetzt direkt mal zu Moderna. Bei Moderna waren wir am All-Time-High hier am 7. Juni, wurden heute dann ja mit der Nachricht wieder ein bisschen abgestraft. Hier wäre es jetzt realistisch, dass wir erstmal in Richtung 190 US-Dollar durchgehen. Ich mache das Ganze mal rot, damit man es besser erkennen kann. Und das wäre zumindest die nächste realistische Stelle. Hier wäre auch auf jeden Fall eine stärkere Unterstützung. Das heißt also, hier wäre es dann mal ein schöner Nachkauf oder eine schöne Nachkaufgelegenheit. Wenn man jetzt längerfristig oder mittelfristig auf Moderna spekulieren will, sollten wir dann hier nochmal in Richtung 190 US-Dollar kommen. Wäre auf jeden Fall sehr spannend und auch hier muss ich sagen, hier könnte es durchaus nochmal ein Nachbeben geben. Es sei denn natürlich, diese Sache ändert sich jetzt fundamental und es kommt wirklich zu einer ganz klare Absage. Dann sieht man sicherlich Moderna in nächster Zeit wieder beim All-Time-High bzw. dann bei einem neuen All-Time-High. Nochmal ganz kurz zu Moderna. Wir haben hier einmal die 200-Tage-Linie, natürlich die blau und wir haben hier auch diesen Aufwärtstrend. Sollte der nicht gebrochen werden, sieht das Ganze auf jeden Fall noch sehr, sehr bullisch aus, selbst wenn wir jetzt hier nochmal ein paar Prozent in Richtung 150 US-Dollar verlieren. Also ungefähr 25 Prozent wäre natürlich viel, würde natürlich wehtun, würde dann aber an dem Grundlegenden, dass wir einen sehr, sehr bullischen Trend haben, nichts ändern. Dann kommen wir nochmal zu guter Letzt zu Biontech und Biontech sehen wir jetzt hier, ist in so einem kleinen Trendkanal oder eher in einem größeren Trendkanal. Hier hatten wir ja schon mal im Stream darüber gesprochen, dass es hier durchaus mal runtergehen könnte und vor allen Dingen hier halt in Richtung dieser Unterstützung. Da waren wir heute auch und ich denke mal, das wäre sogar längerfristig mal eine relativ interessante Kaufgelegenheit gewesen. Könnte sich jetzt natürlich nochmal wieder entwickeln, vielleicht kommen wir da morgen nochmal in diese Richtung von knapp 212 US-Dollar. Sollten wir dort hin kommen, könnte man sich das Ganze mal als Kaufgelegenheit mitnehmen, wenn man zumindest davon überzeugt ist, dass Biontech in nächster Zeit natürlich wieder steigt. Ebenfalls gilt hier, wir sind relativ nah am All-Time-High, sollte sich das Ganze natürlich fundamental ändern, sieht das Ganze selbstverständlich auch so aus, dass wir dann relativ schnell das All-Time-High auch wieder übersteigen können. Das heißt also, wenn jetzt relativ gute Nachrichten kommen, dann könnten die Minusprozente, denke ich mal, auch sehr, sehr schnell wieder wettgemacht werden. Sollte der Druck jetzt weiterhin bestehen, dann, wie gesagt, wäre es realistisch, dass wir nochmal in Richtung 212 bzw. 213 US-Dollar kommen zu dieser Unterstützung. Sollte auch die brechen, dann könnte man auch nochmal in Richtung 180 US-Dollar spekulieren. Das ist natürlich noch ein bisschen weiter weg, deswegen würde ich da jetzt noch gar nicht von ausgehen. Sollten wir aber tatsächlich nachhaltig diese 212 US-Dollar nach unten durchbrechen, dann wäre es auf jeden Fall realistisch, dass wir in Richtung 180 US-Dollar laufen. Das also einmal dazu. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr gerne ein Like da lassen oder ein Abo, wie auch immer. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020